Willkommen zu der zweiten Folge Crossout. Ja, zu der zweiten. Oder besser gesagt zu einer neuen. Not sozelt. Auf jeden Fall werde ich jetzt... Hm. Wir könnten mal das probieren. Ja, das ist eigentlich auch ziemlich cool. Da muss man so einen Truck beschützen. Das ist das, was ich meinte. Mit anderen Spielern auch. Das geht auch online. Also es ist online. Ich hoffe, dieses Mal ist die Musik ein bisschen lauter. Das letzte Mal war ich mich zu doof und dachte... Und hab die Musik leise gestellt, obwohl mein Mikrofon zu laut eingestellt war. So. Okay. Musik ist ja kein Böse. So. Hallo? Entschuldigung. Kein... Hä? Hä, was ist los? Was ist los? Achso, bin ich doof? Ich hab mich für die falsche Taste gedrückt. Sorry. Was funkt bei dir da hinten so? Ist mir irgendwas kaputt? Oh, guck mal, den kleinen Roboter. Oh, da sind schon die ersten. Oh, das ist so einer. Der ist fies. Okay. Wir machen die platt. Sag ich euch, wir machen die platt. Oh, da ist er. Hä? Wo ist er? Hä? What the fuck? Wie krass seid ihr denn? Oh, ich mach gut Schaden denen. Geht schnell auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin richtig Felix P. Der ist irgendwie zu doof. So. Sind hier noch irgendwelche? Da wo. Unten. Ich hab dir hochgeholfen. Ich hab dir hochgeholfen. Gehelfen. Oh Gott, das Ding ist... Sieht krass aus. Jetzt sonst hier sch... Gelbes... Ach, scheiße. Raketentypi. So. Schade, schade, trug ich immer. Ich will raus. Hilfe. Bitte unseren kleinen VW-Bus. Oh, das ist wieder so ein Kettensägen-Ding Also so ein Kreißsägen-Ding, die sind fies Die fressen einen auf Oh, du siehst auch Oh, ich sollte mich also um die Ketten Achso, ist der schon tot Oh, was machst du denn? Ey, verzieh dich Ah, das Aiming auf dem Computer ist eigentlich nicht so schwer So Kann mir bitte jemand hochhelfen? Ja, dir geht's genauso wie mir, oder? Hab ich ihm gerade hochgeholfen? Oh, shit Ich ballere rein Leute, ernsthaft, ich komm hier nicht mehr hoch Komm ich überhaupt noch hoch? Das ist die Frage Die Leute Achso, er Gut Oh Gott Endlich Mein VW-Bus ist so klein Der kann so leicht umfallen Ich glaube, es ist wieder so ein krasser da Oh Gott, was wollt ihr denn da oben? Seid ihr da richtig fertig gemacht? Nice Das sind solche kleinen Geschütze Ah, solche kleinen Raketengeschütze Acht mal Platz Oh Achso, das ist ein ganzer Turm Ach du Scheiße, ist das laut Ach, rumzuhupen Der kleine Roboter Komm, wir machen einen auf Zurück in die Zukunft Was war das denn? Oh, das war er So ein mieses Ding schon wieder Oh, nee, er wird gerade aufgefressen Ach shit, ich hab die falsche Taste gedrückt So Ich will auch so einen kleinen Roboter haben Den nenne ich dann Wie würde ich den nennen? Hm Spike Verzieht euch Was cool ist, dass das Riesenteil sich ganz unverteidigt Ist ja solche Messer vorne dran Oh, nice So Oh Gott, oh nee So ein Ding schon wieder Das macht richtig Schaden Alle drauf, ballern los, Leute Hast du mich gerade angeschubst? Verzieh dich, Digga Oh Gott, hier ist ein Turm Bats Das sah cool aus Oh Sorry, kleiner Roboter Alter, der richtig ist im G da oben drauf Hast du gerade auf mich geschossen, du riesiger Turm? Lass mich los, Auto Bitte Bitte, ich muss den Turm angreifen Endlich Also das ist neu, diese Türme Ich fahr auf den Turm zu und ramm ihn Geht das? Ich glaub schon Oh, endlich 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 ist er tot Fehlt er eigentlich auch auseinander das Riesenfahrzeug? Hat er auch Hat er auch eine Waffe da oben drauf? Ich glaub schon Sieht so aus Ja, ich wusste gar nicht, dass das Ding sich selbst verteidigen kann Oh Du verpiss dich hier schön Du verpiss dich hier schön Du auch Oh, er hat den armen kleinen Roboter Du wirst sterben Stirb Oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott Hilfe Ich glaub das Fahrzeug wird angegriffen Ja Achso, Ding Los, greift mich an Oh, das Suizid-Ding Ja, wie macht man das jetzt aus dem Weg? Oh, was war das denn? Oh, was warst du das? Aha, guck mal Lass ihn in meine Ruhe, lass ihn in meine Ruhe Och, schade Ich wollte ihn wieder quälen Boah Was ist das denn für ein Typ? Sieht mir aus wie ein Computer Hä? Was denn? Ich hab gerade Schaden nicht recht Kann man echt hier Schaden machen? Nee, ich dachte schon Sieht doch aus wie so ein Mate Wie so ein Team-Mate Also wie so ein Äh So ein Roboter Was müssen wir denn machen überhaupt? Du hast wieder dein kleines Ding Oh, den Drohnen hast du auch Ach, wir mussten den nur umbringen Nice Warte, das gibt viel XP Richtig viel XP So, und jetzt Spielen wir noch schön Bisschen Match Bisschen Match, Match, Match Da Haben wir da eigentlich schon alles? Den Wagengeber haben wir Da kann man halt auch noch random was bekommen Aber das mag ich mehr Ja Keine Ahnung warum Los Danke Und den Kühlner haben wir glaube ich auch noch nicht Doch, den haben wir Weil den konnte ich noch nicht einbauen, weil der halt Strom zieht Und ich hab nicht So viel Strom So Let's go Hallo Leute Oh Gott, geht das nicht schnell runter Ich bin erst da Haha Ich gehe driften Wow Das sieht sehr Driftes mit diesem Fahrzeug Das sieht mit dem Fahrzeug sehr lasch aus Der hat sehr wenig Leben Der Typ da Glaube ich Weil der sehr klein ist Ach du Scheiße Ich glaube das sollte ich lassen So einfach so rein zu fahren Oh Ich muss das unbedingt umbauen Ich hab die ganzen Waffen Auf so einen Teil drauf gebaut Und wenn man das Teil abschießt Dann bin ich instant Dann sind die Waffen instant weg Soll ich unbedingt umbauen Ich ramme den rein Ja Oh shit Du da Yes Tod Ich lebe noch Warum lebe ich überhaupt noch Komm her Komm her Komm her Auf Auf Ich will dich töten Hilfe Ich werd komplett zerstört Alter Junge Letzt doch jetzt mal stehen Komm schon Nein Ich werd sterben Und Einschuss Ja Ein Schuss Wie weit vorne Na Wie hab ich so viel Oh Gott Ich will schon Oh na Nee Der ist ziemlich lasch Hat der Der hat ja noch ein Rad So blöd Der alter Rad antrieb Oh Gott Oh Gott Der wird komm Der wird zerstört Los mach den Blatt Los mach den Blatt Los Achso der hat hier keine Dinge mehr Los Sind das ernsthaft Ich dachte Ja das sind doch die beiden da Die richtig laschen da Die überhaupt nichts mehr können Richtig tot sind Aber die alle haben keine Waffen mehr Bis auf den Den da noch Alte machen die Schaden Oh Gott Das schaffen wir doch niemals Ne Das schaffen wir nicht Ah nee Wir haben noch drei Ah scheiße Unsere Basis wird auch gerade erobert Fuck Könnten die noch töten Jetzt sind aber Yes Mal wieder mal gesiegt Ich bin voll Ich hab echt natürlich gemacht Ich hab keinen einzigen getötet Hä was war denn ein Den ich mir in meine Messung gebracht habe Ah na na Auf jeden Fall mach ich Diese Dinger da oben weg Das behindert mich nämlich vollkommen So das kann jetzt wieder Wahrscheinlich eine halbe Stunde So Hab ich auch neues Zeug bekommen Ich hab ein bisschen packen, packe ich das andere auch mal da hin? oder geht das nicht? so, hä? so hin das andere sieht irgendwie anders aus das andere ist ja anders ist das Rad falsch platziert? da könnt ihr mir nichts erzählen, das Rad ist zu weit hinten ne? das sieht man doch ja, ich glaube, jetzt ist es richtig es war zu weit hinten jetzt weiß ich auch, wo mich die ganze umgefallen bin wahrscheinlich liegt es halt wirklich da dran vielleicht noch Platz für so ein das ist der Kühlergrill ach so, den hab ich ja dran platziert ach so ich hab den ja dran platziert und deswegen hat der ja, ich versteh's weg mit der Scheiße so so Unfortunately Rudi Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich will nur Infos haben, mehr, herstellen kann ich das auch, cool, ach da, ich will wissen, wofür ich benutzen kann, ach das erfahre ich schon noch, ich werde was ungeduldig, no, bevor ich es wieder vergesse, jetzt nochmal, das benutzen, ey ich dachte schon, kann ich lesen, ach das lesen wir später durch, oder ihr könnt euch das durchlesen, warte, warte Leute, da, bla 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 bla, da, bla 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 bla, wie viel Märkchen sind das, irgendwelche Eintrittskarten, das bringt auch nicht so viel, mich das verkaufen, glaube ich, oder, kann nicht verkaufen. Das kann ich gar nicht. Wofür ist das? Das finde ich mal bestimmt noch aus. Wenn es das so oft ergibt, dann ist das bestimmt irgendwie richtig wichtig. Vielleicht. Beinahe. Dann gebe ich mir hier rein und starte den... Es geht schnell. So. Atopumrumrum. Jetzt sollte ich auch mal hierbleiben. Was ist so? Ist irgendwie ein bisschen doof. Ich sollte die Messer auch mal rumdrehen. Das wäre eigentlich keine gute Idee. So kann ich mich, wenn ich die irgendwie nur streife, mache ich, glaube ich, nicht so viel Schaden. Aber wenn ich die andere rumdrehe, dass die Klinge nach da zeigt, dann streife ich die halt damit besser. Dann mache ich, glaube ich, mehr Schaden. Oh, da hinten ist ein Fullmatch. Mal reinballern. Oh, da. Der hat viele Leben. Schön, ob die Waffen ballern. Alter, der hat vier Waffen. Boah. Alter, der ist echt gut. Der hat auch ein geiles Auto. Der Farbkontrast ist auch echt gut. Besser als bei mir auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Ich ziehe mich zurück. Ich muss nicht zurückziehen. Überroh. What? Oh Gott, oh Gott. Jetzt stift dich. Ja. Die sind schneller. Aber, ne, die sind schneller. Oh je, Leute. Beheilt euch mal ein bisschen. Das könnt ihr kritisch... Ja, das wird das nicht. Wir schaffen das niemals. Ich glaube nicht an uns. Oh Gott, der Arme. Voll gestolpert. Runter von unserer Base. Das ist unsere Base. Los Leute, ihr schafft das. Ist echt möglich. Ist halt echt möglich. Das schaffen wir. Wir einfach keiner. Oh. Na, na, das hafen wir doch. Also wirklich. Oh Gott, der macht echt krass Schaden. Ne, das schaffen wir nicht, glaube ich. Okay, wir haben noch eine krasse Waffe. Er hat doch eine... Hat er ernsthaft keine Waffen mehr? Der andere hat keine Waffen mehr. Wie geil. Ich muss ja nur noch abknallen. Also soll er sich einfach ein bisschen beeilen. Wie ist das denn jetzt passiert? Achso, er hat ihn in die Luft gejagt. Geil. Hat er einfach seine Waffen in die Luft gejagt. Ach, schau. Hat wieder nichts bekommen. Kann einfach nichts. Da, 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 da. Ach man, ich wollte doch auch meine Messe umdrehen. Schon wieder vergessen. Alter, das... Das... Das regt mich so auf, dass der... Okay. Dass der... Dass diese Tür... Dass dieses eine Fenster einfach da nicht ist. Das regt mich so auf. Das tut in meinen Augen weh. Unkontrastreich. Kontrast. Nicht doof. Symmetrie. So hieß das. Baller, 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 baller. Mach dich platt. Alter. Ich baller deine Waffen weg. Bats. Shit. Mach mich hier fertig. Der war... Das war ein guter Aim. Mein Name ist doch so wunderschön, gell. Oh, kacke. Das schaff ich auch niemals. Och, ich bin der... Ich bin der Erste, der gestorben ist. Was kann ich denn? Alter, der hat eine gute Karre. Das sieht nice aus. Ja, komm schon, wenn du so eine geile Karre hast, der hat dir überhaupt kein Leben. Wenn du so eine geile Karre hast, dann musst du dir noch was bringen. Sieht wirklich cool aus. Sieht richtig geil aus. Kannst du mal bitte... Kannst du mal bitte den töten? Alter, was ist das für eine Karre? Die ist ja richtig scheiße. Alter, den wird hier fertig gemacht. Alter, wird hier fertig gemacht. Er hat keine Waffen mehr. Junge, was ist mit denen? Oh, ja, ja, der kommt schon. Der andere. Ist das echt noch möglich? Oh, nee, ist das nicht mehr möglich. Alter, wie die uns hier platt gemacht haben. Ach, fuck. Ja, Niederlage. Warum bekomme ich mehr Schrott, wenn ich verliere? Also, es soll umdrehen. Dann werde ich mit... Dann werden wir meine Spieß umdrehen. Dann werden wir mit... Waffe ich meine Waffen schon? Ja, ich habe meine Waffen schon eingefärbt. Ficht. Gibt es denn hier noch so alles? Wir könnten das sind, ja, das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Äh, ja, ich glaube, muss man auch einen Truck beschützen. Das machen wir einfach mal. Ja, das machen wir einfach mal. Vier Spiele sind dann nur erlaubt. Was? Das müssen wir jetzt schon hier beladen. Moin, Leute. Er hat noch nicht sein Auto eingefärbt. Mir brennen die Augen. Mir brennen die Augen. Was war das gerade für den Reusch? Kann ich das bitte einsammeln? Achso, ich habe es schon eingesammelt, oder wie? Ach, das ist die Ablagestelle. Oh, sind die ersten Gegner. Das ist ein Freund. Ich habe ihn, glaube ich, gehittet mit meinen Messern. Autsch. Batz. Ich habe doch so gut wie gar keinen Schaden gekriegt. Klipp ihn doch nicht weg. In den Töten. Alter, das ist ja nicht für dich. Die werden hier echt platt gemacht, die Typen. Echt voll unfair. Ja, die haben voll viele. Und wir haben nur vier. Also vier Spieler. Das sind voll viele. Ach du Scheiße. Leute, die sind relativ schnell tot zum Glück. Was wollt ihr hier? Was wollt ihr? Hm? Der da hinten, ernsthaft, ein B-Drescher? Oder was hat er da? Nee, hat er nicht. Aha. Wurde er nicht umkippen, bitte. Ach Gott, oh Gott. Ich habe noch alle Messer. Hey, wo wurde ich denn? Wo sind überhaupt Teile abgefallen? Sind gar keine Teile abgefallen. Aha, buff. Aha. Ach Gott. Du hast ja gar keine Waffen mehr. Was bist du für ein Anfänger? Also, dir geht es nicht so gut. Hey, was soll der denn noch machen, wenn der keine Waffen mehr hat? Was soll man denn da machen jetzt in diesem Match? Oh, wir müssen ihn beschützen, glaube ich. Du machst auch was. Verstanden? Du stehst hier nicht einfach nur so rum. Verstanden? Oh Gott, oh Gott. Oh, was bist du denn da? Er steht da einfach nur so rum. Oh, was bist du denn da? Dieser komische, hässliche, nervtötende Sägetyp. Wo war jetzt der, der keine Waffen mehr hat? Ich schlüsse ein bisschen rein. Ich schlüsse ein bisschen. So weit. Ja. Oh, du da. Bist ein nerviges, kleines Ding. Leute, ich mache hier die meiste Arbeit. Nice. Jetzt will ich mal sagen, warum du nichts machst. Ist, was du dich da... Ah, endlich mal. Du hast... Hallo, du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Drei Kanonen. Das ist doch mal was. Das, wie ich voll... Naja, die da ist ein Shortgum habe. Und... Oh, da ist ja gerade jemand gestorben. Der ist gestorben. Nein. Die sucht ihr. Ich beschütze das Ding. Achso, das muss ja gar nicht mehr beschützt werden. Ich hole das da. Das machst du nicht. Nein. Finger weg. Das ist meins. Meins gehört das. Meins gehört das. Ist das böse? Ne. Das ist nur so ein Verrückter. Der... Seine... Der Scheiße macht. Tschüss. Tschüss. Oh Gott. Die Arme. Da ist eben hier mit runtergeflogen. Da ist eben so ein... so ein... so ein Typ runtergeflogen, dem ich alle Räder abgeschossen habe. Aber... Was macht ihr denn hier? Wie gesagt, den hat den Typen da nicht angegriffen. Ich schieße am besten oben auf die Waffe. Ach, jetzt habe ich keinen Druck. Da ist... Hat jemand gerade den Druck... Falsche Richtung natürlich. Jemand glaube gerade ein Problem. Der muss abgeschleppt werden. Ne, hat er nicht. Doch. Da ist der. Ich helfe dir, mein Boy. Hä? Ach, da ist er. Hat sich irgendwie selbst wieder draufgeportet. Oh, da ist er. Ich habe ihn doch gerochen. Da schnapp ich mir die Scheiße da. Batz. Ich habe ihn die Seite aufgeschnitzt. Ach, ich will übrigens mal... So. Batz. Bist du gut? Ja, du bist gut. So, jetzt alles zur Stelle bringen, wo es hingehört. Ich bin wichtig. Hallo Leute, ich bin wichtig. Ich habe ein Paket und ein Torst. Beschützt mich bitte. Danke. Hä? Hallo, wird mit meinem Paket? Okay. Okay. Anteil hat man das doch nicht gebraucht. Das ist relativ easy, diese Quest. Die ist relativ easy. Was habe ich da gerade gehört? Habe ich da gerade was gehört? Hä? Oh, der Truck ist cool. Komm, warum kann ich nicht haben? Ich will den Ha... Ada! Wusste ich es doch. Ich helfe dir, mein Bro. Oh, hat sich schon selbst geholfen. Ich will diese Leute, die Wagenheber dabei haben. Also wirklich. Oh. Du musst natürlich als erstes sterben. Ist ja klar. Weil du das nervigste viel im ganzen Spiel bist. Säge, Mann. Oh, nice. Ein schönes Rad abgeschlitzt. Das Ding hat doch gar keinen einzigen Schaden gekriegt. Oh, was ist das denn? Ein Geschütz? Oh, wie süß. Und tot. Andi, doch nicht. Hä, was ist das? Was bist du? Was ist das? Achso, das hat ein Geschütz. Das kann wahrscheinlich ein Geschütz passieren. Was es mittlerweile für interessante Mobs gibt. Also Autos. Eins, das ist super krass. Ein Raketenschießen. Eins, die sind einfach nur nervig. Also. Einfach nur nervige kleine Viecher. Äh, ne. Nicht nervig. Kleine. Ach, die bewegen Dinger da. Wisst schon, was ich meine. Haben gerade die. Gefordert auch. Geschütze. Keine Aggressionsprobleme. Aggressionsprobleme. Geschütz-Typie. Wagt es nicht. Oh, Segentypie. Wagt er. Der Wagt. Was tut er da? Lass es. Wagt es nicht. Alter. Den Typ lasse ich. Der ist lustig. Der fährt einfach nur durch die Gegend. Los, quälen wir ihn. Ach. Ich wollte ihn quälen. Boah. Alter, wie sich das anhört. Voll. Voll aggressiv. Alter, das Ding hat ja voll Schaden bekommen. Sollten wir uns mal ein bisschen ranhalten. Alter. Alter. Geschütz-Typie. Wagt es nicht. Wagt es nicht. Fürbald du über die Hügelkopf bist du tot. Alter, ist der schnell. Der ist richtig schnell. Die lassen wir einfach mal. Komm schon. Die sind süß. Guck mal. Die Typen. Die haben nicht mehr eine Waffe. Oh, wie süß. Die will ich behalten als Haustiere. Was? Falscher Typi. Segentypie. Da. Du wirst sterben. So. So. Und tot. Ich töte dich. Ich töte dich. Ich töte dich. Ich töte dich. Wagt es nicht auf mich zu schießen. Der schießt halt nicht auf mich. Der rutscht einfach so weiter. Bats. 40 Schaden gemacht. Ich töte euch alle. Ich töte alle. Ich töte alles. Oh, es ist ja Neues, was ich beschützen muss. Was ist das so um für eine Zeit? Wie lange ich das beschützen muss? Ich glaub schon. Bitte nicht umkippen. 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 Ich sag's noch. Leute. Hä? Mensch. Ja. Kumpel auf. Oh, ich liebe dich. Oh, ey. Hinterher. Ich schieß dir den Arsch ab. Yes. Einfach mich hingestellt und wieder umgeschmissen. Was ein lieber Kerl. Oh, da. Wird nicht ver... Ich glaub' ich kann fliegen. 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 Ich denk' über es jedes Nacht und Tag. Oh, nice. Ich kann es einfach. Ich kann einfach fliegen. Au. Nein. Aus, Fui. Nein. Oh Gott, kommen da viele. Schaffe ich die? Oh Gott, Bohr-Typi. Verpiss dich. Ich habe eine Säge, obwohl er einen Bohr gehabt hat. Oh, dieses... Dieses ruhige... Dieses ruhige... Dieses ruhige Gefühl, wenn ich jemanden in die Luft gejagt habe immer. Diese ruhige Stelle. Wo man einfach mal gar nichts hört. Es ist so schön. Ich habe mich nach vorne geguckt. Leute, Hilfe. Er belästigt mich. Ich fühle mich belästigt. Der hat natürlich einen Wagenheber. Hallo, ich kuschel hier mit jemandem in der Ecke. Bitte hilf mir mal. Das ist ja voll. So. Es reicht mir jetzt. Leute. Ach, danke. Warst du nicht der da... Hallo? Kannst du lieber hoch? Danke. Ach, viel... Danke. Vielen Dank. Ach mal. Mach mal hinne. Was tut der da? Ich komme hier nicht... Ich komme hier halt echt nicht raus. Hilfe! Ich bin voll in der Zwickmühle. Hilfe! Ja, du hast einfach keinen Bock mehr auf mich. Was denn? Hallo? Ich komme hier nicht raus. Ich kann meine Waffen nicht benutzen. Ach, Herrgott. Noch mal. Hilfst du mir wenigstens? Ich komme nicht raus. Hilfe! Noch acht Sekunden. Dann kann ich es wieder versuchen und dann falle ich wieder hin. Wetten. Okay, ich drücke jetzt. Ja? Ich schaffe ich es? Ja, ich habe es geschafft. Ich bin gerettet. Danke, Typ, der mich gerade auffällt. Hallo? Erste, mal aufhören. Hallo? Ich schiebe ihn jetzt einfach nach hinten. Einmal komplett entgegengesetzt in Richtung Kreis fahren. Oh, jetzt müssen wir das beschützen. Wie süß. Oh. Das hat wehgetan. Oh nein. Mein Ding ist es weg. Dieses... Ach, dieses... Was ist das denn? Wie süß! Das ist hier klein und knuffig. Fass. Alter, das hat richtig damage gemacht. Das hat richtig damage gemacht. So, kann ich jetzt mal neu kommen? Habe ich es endlich geschafft? So, kommt jetzt ein Boss. Ah, wie lang? Ah, hier kommt ein Boss. Endlich der ist ein Boss. Schon wieder dieser komische Typ. Alter. Ich fixiere mich auf den Boss. Bats! Oh! Das sah schön aus. Das sah einfach nur schön aus. So. Ich habe meine Dinger verloren. Wieso? Hat der Boss... Hat der Boss ernsthaft keine Waffen? Hat der Boss ernsthaft keine Waffen? Hat er ernsthaft keine Waffen? Oder haben wir die schon abgeschossen? Warte auf mich! Endlich! Hallo? Hallo, kann ich jetzt bitte mal aufhören? Sonst wird es ein bisschen langweilig. Muss der noch tot sein? Endlich! Ja! Endlich! Alter, wie viel XP bekommt man hier? Ist ja wirklich... Auf wie viel Zeuge ich da bekommen habe. Diese Märchen. Ich weiß immer noch nicht, wofür die da sind. Next Level! Oh, das war viel. So, dann beende ich jetzt die Folge. Und tschüss, Leute! gar nicht weg. Tschüss! Kommst du nach! Ja! Kommst du nach! 2-4-4! 3-4! 14-4!